Die Idee zu dem Projekt ist ja schon vor einiger Zeit entstanden, auf einer Messe besprochen und jetzt gab es ja das Kick-Off-Meeting und dann haben wir relativ schnell dafür gesorgt, dass die Entwickler direkt miteinander sprechen können, also einen sehr kurzen Dienstweg sozusagen haben und deswegen lief das Projekt und die Kooperation sehr zielstrebig und vor allem sehr agil, was man sich in der Softwareentwicklung wünscht und insofern freue ich mich, dass wir jetzt auf der Messe schon ein fertiges Produkt präsentieren können. Vielen Dank.